Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von King's Quest. Wir waren hier gerade aus dem Meeting raus und wollten unser neues Horn mal testen. Mal sehen, ob es klappt. Jetzt hier wieder hoch. Und was haben wir für ein Horn? Ein Stück. Wir haben noch das von Ulfis Horn. Und wir haben das von Brothers. Nehmen wir nur zwei. Dann nehmen wir das von Ulfis. Und Ulfis lässt uns einfach mal. Ich finde das Spiel immer noch extrem schöne Grafik. Das ist auch jetzt ein bisschen her, nachdem ich es aufgenommen habe das letzte Mal. Aber gut schon. Und da wären wir wieder. Da hast du wieder einen Spruch zu sagen. Komm her! Wir warten! Ich weiß. Ich bin unterwegs. Ich bin unterwegs. Dann haben wir Ulfis. Versuch Pilars anzukriegen. Pilars? Oh. Also haben wir das falsche Mundstuhl wahrscheinlich, oder? Hier haben wir... Rutz. Der Zeitpunkt scheint mir nicht richtig. Also müssen wir zurück. Was passiert, wenn wir hier mit Wallets Mundstück blasen? Es war nicht das richtige Mundstück für dieses Ort. Okay. Dann gehen wir den Ersatz zurück zum Meeting. War der Weg also umsonst. War der Weg also umsonst. Dann geht's hier lang. Gut, dass man so lange Zeit hat, um die Wittkämpfe zu machen. Auf jeden Fall. Ich hoffe, ich muss das ganze Meeting noch mal gesprächlich wiederholen. Wir müssen das ganze Meeting noch mal gesprächlich wiederholen. zack, gehts hier runter, bei dem Lock geht nichts weiter, da war ja nur die Leiter drinnen. Also wieder komplette Vitorale hier abhalten, ne ich kann da nichts machen, wieso kann ich da nichts machen, ich hab doch das falsche Mundstück, schauen wir noch mal von oben, vielleicht kann ich das andere weite ich noch rein, und was ist das? Was ist hier los? Da ist niemand mehr. Das ist natürlich doof. Wie kommt man jetzt weiter ohne das richtige Mundstück? Hm. Jetzt sind wir eigentlich hier lang. Das waren wir letztes Mal auch noch nicht. Oh, da ist ein anderes Horn. Natürlich. Natürlich falsches Mundstück. Es war nicht das richtige Mundstück für dieses Horn. Okay. Und was sagt Ulfis Mundstück? Ja, ich weiß, dass ich das falsche Mundstück habe, ich brauch das andere, aber da komm ich nicht rein. Oder komm ich hier anderweitig irgendwie runter, um da reinzukommen. Okay. Hm. Bestimmt übersehe ich irgendwas Großes wieder. Kenn ich schon von mir. Also kann ich hier gar nichts mehr machen. Okay. Nee, ich bin nicht. Ich bin nicht nur drin. Okay, ich bin nicht nur drin. Wummel, ob da überall drin hängen. 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 schnell okay dann weiß ich jetzt wo das Horn ist aber ich weiß nicht bei dem Stress brauche ich was zu knabbern aber ich weiß nicht wie ich das kriegen kann hmmm sie schienen lieber naschen als ein Feuer anzünden zu wollen ich gehe weg von meine Croissant, ils sont à moi ok wahrscheinlich wird es hier Zeit für das Hypnosepilver aber woher kriege ich diesen hmmm schauen wir den Weg hier weiter nach unten hier ist nicht wirklich etwas warum wuckelt das jetzt eine Sekunde alles machen wir im humanen Bereich von der CPU aufs Cluster und so vielleicht muss ich das Ganze nochmal neu starten wir sehen uns gleich wir sehen uns gleich wir sehen uns gleich Vielen Dank.